so und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier mal quantum break wo wir dabei sind will zu retten der jetzt mal wieder irgendwie in schwierigkeiten geraten ist hallo hübsche ja bin ich und du sie bringen ihn in die bibliothek vielleicht kannst du sie noch einholen warum hilfst du denn es ist nicht so einfach ich weiß nicht ob du schaffen was aber du solltest dich beeilen das war das erste mal dass sie das wilder sagen ja von der hatte william eben das gesprochen dass dass sie ihm geholfen habe und sie ihm das alles erzählt hat nicht so laut laut man keule nicht rumschreien hier sollen william joys leben fahren wenn er sich entfährt bitte lasst mich gehen ich kann ich kann halt die fresse halt einfach die klappe okay der boss will dass wir ihn in die bücherei bringen er will sich persönlich um ihn kümmern scheiße man fuck 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 yeah yeah ja 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 dadurch kann man wenn man wupscht wutscht kann man kurzfristig Du musst halt auch nachladen Das ist das Schöne Die Gegner müssen halt auch mal nachladen Und wir haben Warum auch immer Aber zumindest haben wir unendlich Munition für Unsere Pistole Das macht es auch Um einiges einfacher Als wenn man jetzt Komplett ohne Munition Irgendwann dastehen würde Das wäre dann nämlich Irgendwann richtig richtig kacke Weiter geht's Jack Ich nehme die Pistole Die ist irgendwie besser Ja dann schon aus dem Grund Weil sie halt wesentlich präziser ist Als die andere Knarre Und als ich diesen Teil gespielt habe Hatte ich wieder Bock Den ersten Und zweiten Max Payne zu spielen Nicht die anderen Ja Nicht die Neumodischen Die Schlechten Nein nein Die Ersten Also beziehungsweise Nicht die Neumodischen Sondern die Dritten Der Dritte war War nicht War nicht mehr so richtig Max Payne Muss man ganz klar sagen Es war irgendwas Aber halt nicht Max Payne Leider 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 Was war das denn Was Wow Oh Sie hatten immer noch keine Ahnung Dass Wilder ihnen half Sie war nicht die Einzige Hmm Okay Auf dem ganzen verdammten Campus Sind die Lichter aus Jemand hat den Strom ausgeschaltet Das sollte eine Geheimoperation werden Wir haben was wir wollten Warten wir mal den Schützen So Das Schöne ist wir sammeln die ganzen Kugeln nach Ja stimmt es gibt richtig so eine Zeitexplosion Wir sehen es Mega mega geil Ja werde ich Richtig Ich werde zu euch kommen Da hast du recht Vollkommen recht Hast du da Na steht da Und wartet Also wir müssen uns kurz umgucken Wo hier noch was ist Ja das ist ja da Sind noch welche Sonst noch irgendwo was Ja also wegen diesen ganzen Objekten Die man halt mitnehmen kann Das ist halt schon wichtig So Wunderbärchen Nervte Astron man Oh da hinten soll ich irgendwie hin Okay Was ist denn Gucken wir uns erst mal hier um Ob ich hier noch irgendwas finde Naja ziemlich cool ne Ah es ist ja Da liegt sogar was Ich hab's doch gewusst Oh großkalibrige Pistole Ja haben wir mal eben geändert Ne Ja Die hat halt nicht so viel Schuss im Magazin Aber macht halt ein bisschen mehr Wumms Und Oh ja Ich kann mal schön gebrauchen No Ja Was ich gut finde Dass hier alles Mega Hoch aufgelöst ist Ne Bei den meisten Spielen kannst du diese Plakate nicht lesen Hier ist alles So hoch aufgelöst Dass du alles lesen kannst Was da halt steht Und das finde ich super super geil Und so sollte das auch sein In einer Konsolengeneration Wenn man sagt Hey Wir bieten Full HD Games Dann müssen auch diese Plakate Gut aufgelöst sein Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben HQ Wir haben William Joyce In die Bibliothek gebracht Fuck Fick Fick Die Fuck Fuck Ich muss einen Weg nach drinnen finden Und zwar schnell Wuuup 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 Ja Entschuldigung Manchmal geht's einfach mit mir durch Und ich genieße einfach Dass ich Gamer bin Ja Es ist einfach schön Ich würde auch nie was anderes sein wollen Als Gamer Ja Man hat doch irgendwie viel Wo kam das her Viel mehr Spaß So als Scammer Ja ich glaube Da wurde jemand erschossen Hm Was haben wir denn hier Bin wohl nicht der Einzige Da in Groll liegt Aber wie es scheint Haben die Anti-Monarch-Proteste An der Riverport-Universität Eine wirklich üble Wendung genommen Ich weiß nicht genau Was da abgeht Aber ich habe gehört Dass das Sicherheitspersonal Gestellt von Monarch Solutions Studenten festhält Es wurden auch Schüsse gemeldet Nun Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen Das ist alles noch unbestätigt Und offensichtlich kenne ich keine Details Aber Das hört sich echt nicht gut an Mhm Wie sie wissen Bin ich kein großer Fan von Monarch Und ihren Methoden Aber andererseits Hoffe ich Dass es niemand bei diesen Protesten übertreibt Es ist nur ein gottverdammtes Gebäude Leute Dafür lohnt es sich nicht erschossen zu werden Aber Wenn sie dort Leute erschießen Dann ist das wirklich eine ganz miese Scheiße Wie auch immer Ich habe das Gefühl Dass das Ganze noch längst nicht rausgestanden ist Passt auf euch auf Leute Tja Naja Das sind zwei tote Typen vom Monarch Ne Und jemand hat uns da geholfen Nach oben sein Ach halt Mist Entschuldigung Wohin irgendjemand sieht mich Komm schon Dafür ist keine Zeit Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen Hm Aber wir können praktisch dieses anhalten Diese Zeitblase Ja Diese Mit RB Können wir auch auf Gegenstände anwenden Ups Und schon Sehen wir Haben wir es geschafft Hm Hier ist nichts Okay Oder Nope No ist nichts Immer schön gucken Wie gesagt Ich liebe dieses Spiel Ich habe es mir geholt Und ich bereue es Keinen einzigen Moment Dass ich es mir Am Anfang gleich geholt habe Und Ja gut Aber man muss ja sagen Remedy Ähm Ich wüsste jetzt nicht Wann die mal ein Scheißspiel gemacht haben Ja Also Kann man echt nichts sagen Wow Scheiße Oh Da haben wir wohl einen Helfershelfer Was zum Teufel ist hier los Ein Schutzengel Können wir gut gebrauchen Da ist ein Rucksack Aber der interessiert mich jetzt aktuell noch nicht Das Scan ist halt mega geil Wie es hier jedes Mal aussieht Hammerhart HQ Wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht Erwarten Befehle Ich frage mich wo der Bruder ist Wartet mit einem Notrupp auf die Ankunft von Moloch Engtrell Alle anderen sollen sich bei den Tropen-Docs an der Kuhn- und Gewinnungsanlage sammeln Wartet doch auf weitere Befehle Die Bibliothek fliegt in fünf Minuten in die Luft Die Bibliothek fliegt in die Luft? Jetzt? Alter So Das werden die beiden Ich muss die Waffe wechseln Das geht so nicht Kann ich die nicht irgendwie wechseln hiermit? Der die da unten liegt? Hm Nein Entscheint nicht Schade Denn die gefällt mir nicht die Waffe Nee Die schießt mir zu langsam Dann doch lieber was mit ein bisschen mehr Feuerrate Da ist irgendwas Oh okay Warum bringen sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben HQ Wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht Wir warten Befehle Ende Ich muss mich vorher noch ein bisschen umgucken Was hier noch so ist Falls hier noch irgendwas ist Aber sieht mir jetzt nicht so aus Okay Krass Also bringen sie ihn hier her Um das Ding in die Luft zu sprengen Damit er drauf geht oder wie Und das so nach einem Unfall aussieht Krass Hallo Ihr Arschlöcher Lauf Hammerhart ne Richtig Geil Kacke Mann So Aber dann werden wir beim nächsten Mal weitermachen In diesem Sinne Bis dahin Euer Mr. Zocker oder Binga In diesem Sinne